Herzlich Willkommen zu Folge Nummer 299, liebe Arne. Hallihallo, liebe Hörer, wir trinken heute, Achtung, mit 32 Milligramm pro Milliliter Koffein. Genau, schmeckt so ein bisschen wie saure Apfel-Gummiteile. Ja, wie diese Apfelringe. Genau, ja. Wie diese Apfelringe, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oder wie Appelkorn, wie saure Apfel von Behrenzen. Ja, der hat da noch den Alkohol-Nachgeschmack, das ist schon noch was anderes. Trinkt man hier Behrenzen in der Gegend? Wo ist denn hier? Ja, also als ich 16 war, habe ich das getrunken. Okay, gut. 18 natürlich, als ich 18 war. Bei uns im Ammerland ja auch. Ich wusste jetzt nicht, ob das, also manche Sachen sind ja so sehr regional. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Hullmann trinkt ihr wahrscheinlich nicht, einen Hullmannkorn oder? Nee. Ammerländer Löffel trinkt ihr auch nicht. Nee. Hier. Nee. Also mit hier ist Buxtehude und um Hamburg herum gemeint. Ja. Ich habe übrigens neulich eine Fernsehsendung gesehen, fällt mir gerade ein, wo du gerade von Ammerland redest. Die heißt Kitchen Impossible und da hat Tim Melzer kämpft normalerweise gegen irgendeinen Koch und die müssen sich, die stellen sich dann gegenseitig Aufgaben. Das heißt, die schicken sich irgendwo hin und dann müssen die anderen jeweils das Gericht nachkochen, was da gekocht wird von einem Originalkoch. Und das wird dann von einer Jury, deren Lieblingsgericht das ist, bewertet. Und da ist Tim Melzer von Steffen Henssler losgeschickt worden nach Bad Zwischenahnen. Mhm. Und hat da gemacht eine Mockturte. Mhm. Und hat das nicht so richtig gut hingekriegt. Okay. Ich überlege gerade, das war glaube ich. Also da war, ich habe letztens so einen Links von jemandem bekommen, von so einer Kochsendung, wo tatsächlich mein alter Englischlehrer in der Jury war. Aber, und das war aber nicht, ich glaube, der kommt, also der wohnt in Oldenburg. Das ist quasi im Landkreis nebenan. Ich weiß nicht, was sie da gegessen haben. Ich glaube, ich glaube, es war irgendwas mit Wurst. Ich glaube, es war Pinkel. Ich glaube, sie haben Pinkel getestet. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Ist auch nicht ganz so wichtig. Was ist denn wichtig? Ja, Essen ist wichtig. Und Pinkel habe ich mir gekauft. Das gibt es ja nur im Winter zu kaufen, um das dann einzufrieren. Und damit ich im Sommer auch Grünkohle mit Pinkel essen kann. Das Problem ist nur, auf einmal war mein Kühlschrank auf 20 Grad. Und auch das Gefrierfach war auch auf 20 Grad, also Raumtemperatur. Und da habe ich ein bisschen Panik gekriegt um meine schöne Pinkel. Und tatsächlich um andere Sachen auch, die da drin sind. Ja. Und dann habe ich einen Kühlschrank-Reparaturdienst, Elektro-Großgeräte-Handel angerufen. Und die meinten, ja, wenn der Kühlschrank so alt ist wie das Haus, also ungefähr 13 Jahre, dann lohnt es sich wahrscheinlich, dann ist er normal, dass er an seiner Altersgrenze wohl ankommt. Mhm. Und das kann dann auch häufiger mal passieren. Also der ist tatsächlich wieder angesprungen, nachdem ich ihn einmal ausgeschaltet habe und wieder angeschaltet habe. Aber das kann dann auch wieder passieren. Und es lohnt sich ja wahrscheinlich nicht, den zu reparieren. Okay. Ja, und ein kaputter Kühlschrank, also auch wenn der jetzt noch funktioniert, ist natürlich nicht so schön, wenn du halt nicht weißt, ob der jetzt morgen wieder ausfällt. Und dann musst du die ganzen Lebensmittel, die da drin sind, vielleicht wegschmeißen, weil du es nicht rechtzeitig mitbekommst oder so. Oder aufessen. Oder aufessen, ja, das könnte auch schwer werden manchmal. Und vor allem, wenn es jetzt im Winter wäre, dann könnte man sich vielleicht rauslegen, aber jetzt wird es ja auch schon plus gerade so das gefrorene Eis, was ich hatte, also Speiseeis, musste ich schon wegschmeißen, weil es halt flüssig war. Und das soll man ja nicht wieder einfrieren. Anyway, da haben wir jetzt einen neuen Kühlschrank gekauft, so in der Horuck-Aktion. Das ist auch wieder so eine Sache, die ich eigentlich nicht machen wollte, so finanziell. Mhm. Aber das musste halt jetzt sein, ne? Was hast du gekauft? So einen Doppeltürer mit so einem Eiswürfel-Auswurf und so? Genau. Echt, jetzt? Einen Doppeltürer mit so einem Eiswürfel-Auswurf. Ja, also langfristig oder mittelfristig will ich die Küche eh umbauen, ne? Und hätte dann eh so einen angeschafft. Also das war eigentlich der Plan für in drei, vier Jahren. Mhm. Und ja, dann habe ich das jetzt gemacht. Die kosten natürlich eine ganze Menge Geld. Aber der war jetzt runtergesetzt, also hat jetzt kein WLAN, hat auch kein Display drin und hat auch nicht so eine Fensterscheibe, wo man anklopfen kann, damit die durchsichtig wird von schwarz und flüssig. So was gibt es echt? Ja, so was gibt es alles. Kameras, mit Kameras drin und sowas. Also wäre das keine Horrug-Aktion gewesen und hätte ich ein bisschen, wäre es finanziell gerade ein bisschen besser bei mir, dann hätte ich mir so ein cooles Ding gekauft, ne? Mit Display und Kram. Aber da das so eine Horrug-Aktion war und eigentlich das Geld anders verplant ist gerade, habe ich ja so einen relativ einfachen Doppeltürer gekauft, aber mit Eiswürfelfach. Der hatte dann aber auch Platz in deiner Küche, weil also da, wo mein Kühlschrank steht, da passt halt mein Kühlschrank genau hin. Das heißt, ein breiterer, also ich weiß nicht, wie breiter er ist, irgendwie knappe 60 Zentimeter oder was? Ich meine, er ist breiter, ja. Ein breiterer würde da nicht hinpassen. Bei dir war das aber kein Problem? Ja, der steht jetzt nicht da, wo der alte Kühlschrank ist. Der alte Kühlschrank ist eingebaut in den Küchenschrank oder in die Küche halt und der andere steht jetzt bei uns hinter der Tür. Da ist genug Platz und da hatten wir vorher ein Regal, da steht jetzt woanders und da steht er ganz gut. Gut, ist natürlich das Problem, dass dort kein Wasseranschluss ist für den Eiswürfel-Maker. Deswegen habe ich das Modell gekauft mit einem Wassertank. Also das gab es sowohl als auch. Und da ist jetzt so ein 4 Liter Wassertank drin. Okay, wollte ich gerade fragen, wie viele Eiswürfel fallen denn da so raus? Also ich meine, wird dein Haus mit Eiswürfeln überflutet, wenn du den versehentlich anlässt, diesen Eiswürfel-Macher? Nein, weil der macht halt ein paar Eiswürfel, der macht immer so sechs Eiswürfel und der hat halt auch so, wenn man da reinguckt von oben, dann sieht man auch so eine Eiswürfelschale, wie du sie halt normalerweise ins Eisfach stellst. Nur, dass er die halt selbstständig befüllt und selbstständig leert und dann unten so ein Auffangbehälter hat, der jetzt aber auch nicht so groß ist. Wie viele Eiswürfel pro wie viel Zeit kann? Also lohnt es sich nur, dieses Ding zu verwenden, wenn du einen Cocktailabend machst beispielsweise? Oder musst du dann zusätzliche Eiswürfel bereithalten? Kommt drauf an, wie viele Leute, also jetzt gerade zu Pandemiezeiten, ist das glaube ich okay. Naja, also ich meine, wie viele Leute hast du bei so einem Cocktailabend? Einen. Genau. Nein, also wenn ich alleine Cocktails trinke, dann reicht das so gerade. Nee, ganz ehrlich, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Ich habe das jetzt nicht ausgemessen, ich weiß auch nicht, der macht jetzt halt, wir haben den... Also es ist nicht irgendwie ein Schnellfroster drin, sondern der nutzt einfach die Kühle, die er hat, um das Wasser dann kalt zu kriegen. Genau, 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 wie halt in einem normalen Eiskühlfach, nur dass es halt automatisch geht, ne? Und dann hat er unten noch so einen Häcksler dran, damit du es halt auch zähckeln kannst. Mhm. Und wir haben den, keiner, Freitag wurde der geliefert, dann Freitagmittag, dann habe ich den Freitagabends angeschaltet, weil man soll den ja erstmal ein paar Stunden stehen lassen, damit die Kühlflüssigkeit sich setzt oder so. Ähm, und dann habe ich den, dann hat er halt über Nacht runtergekühlt und dann habe ich den Samstag befüllt und der macht jetzt quasi seit, seit Freitag macht der Eiswürfel und ist halt, alle paar Stunden hörst du mal so ein bisschen Geräusche, wo er halt die Eiswürfel fallen lässt und neue macht. Ach, der hat tatsächlich auch ein Reservoir für diese Eiswürfel dann? Ja, ja. Der kann nicht die sechs produzieren, dann drückst du auf den Knopf, dann fallen die raus und dann dauert das erstmal zwei Stunden, bis er die nächsten sechs gemacht hat. Nee, nee, der hat so ein Fach, wo die reinfallen. Okay, okay. Jetzt habe ich halt auch nicht ausgemessen, wie groß das ist und ich habe auch nicht nachgeguckt. Na, du kannst einfach mal gucken, wie viele da rausfallen. Also mehr als vier Liter Eiswürfel wird da wohl nicht rauskommen. Das stimmt, ja. Na, obwohl, wenn der Eis, wenn der Tank leer ist und ich wieder ihn auffülle, dann macht der halt weiter wahrscheinlich. Hm. Bis er halt weiß, es ist zu voll. Also der hat bestimmt irgendwo einen Sensor, da weiß, sind zu viele Eiswürfel drin. Aber ich kann auch nicht, ich trinke jetzt auch gerade im Winter oder Frühling noch nicht so viele Getränke mit Eiswürfeln. Ich habe halt gerade gestern Abend Cocktails getrunken, deswegen passiert mir das schon ab und zu. Und ich habe aber auch über Eiswürfel überhaupt nicht drüber nachgedacht, bis Nora, unser Gast, gesagt hat, hier übrigens, wie sieht es denn aus, habt ihr genug Eiswürfel? Und ich so, oh, ja, wir haben Eiswürfel für einen Cocktail. Ja, man kann ja zum Glück an der Tankstelle oder Supermarkt oder so relativ gut einen Beutel kaufen. Ja, es war teuer, also ist zwar dafür, dass es nur Wasser ist, relativ teuer, aber macht man ja auch nicht jeden Tag. Mhm. Das stimmt. Ja, und dann ist noch was anderes Lustiges passiert, die Frage. Dann klingelte hier ein Mann bei uns vor der Tür abends um, keine Ahnung, es war dunkel, sieben oder halb acht, mit einer Telekom-Jacke und so einem kleinen Schildchen an der Brusttasche. Aha. Und er meinte so, ja, wir haben hier jetzt das Glasfaserkabel erneuert und wollten mal wissen, sind Sie Telekom-Kunde und was haben Sie denn für ein paar Dings und wollen Sie eigentlich, wollen Sie Glasfaser haben? Ich so, Glasfaser, sofort, gib mir sofort. Also ich habe den, ich musste dem keine Anzahlung bar auf die Hand drücken, das war ganz gut. Also ich weiß, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das vielleicht ein Scam war oder nicht, aber viel mehr als, dass ich bei der Telekom bin und dass ich eine hunderter DSL-Leitung habe, kann er halt, hat er jetzt auch nicht von mir erfahren und das ist jetzt nichts so Relevantes, ne? Also der wollte meine private, meine feste Telefonnummer haben und habe gesagt, weiß ich nicht, benutze ich nicht, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Und dann habe ich nochmal bei der Telekom hilft angeschrieben bei, bei Twitter. Ob das legitim sein kann. Genau, ob das legitim sein kann und dann meinte er ja. Also da laufen welche, da gibt es welche, die halt rumlaufen und auch klingeln bei Leuten. Ich weiß nicht genau, wie sie die Leute genannt haben, die haben den irgendeinen... Hausierer. Hausierer. Ranger. Echt? Ranger? In Ausbau. R-A-N-G-E-R. Ranger. Ja, ja klar. Ausbaugebieten unterwegs. Aktuell kann ich jedoch keinen Glasfaserausbau in der Adresse entdecken. Ähm, hat, wurde mir geantwortet. Das ist natürlich sehr schade. Mhm. Ähm, aber mir wurde angeboten, äh, also ich, zur Zeit habe ich eine 100, 140er-Leitung, also 100 runter, 40 hoch. Mhm. Ähm, und mir wurde 250 Mbit, mein Sieg, äh, wäre verfügbar. Ja, obwohl das auf der Webseite nicht erkennbar ist von der Telekom. Okay. Ähm, und jetzt überlege ich tatsächlich, ob sich das lohnt für mich. Also, schnelleres Internet, immer gut, immer besser, ne? Ja. Ähm, aber, ähm, es hat trotzdem nur ein 40er-Upload. Ja. Also, schneller hoch komme ich nicht. Wir sind nur zu zwei, wir sind nur zwei Personen hier. Ähm, ich glaube, die Hunderter down, die reichen normalerweise. Also, keine Ahnung, wenn wir, äh, Netflix gucken oder was weiß ich, das, das geht schon alles wunderbar. Da haben wir jetzt nie irgendwelche Probleme, dass es, dass die Auflösung zu schlecht wäre, weil das Internet zu langsam ist. Und für ein 250 Mbit müsste ich mir eine neue Fritzbox kaufen, die halt dieses Supervectoring kann. Mhm. Ähm, und wenn da jetzt tatsächlich ein, dieser Ranger unterwegs war und einfach die, die, ähm, die Leute von Telekom hilft, ähm, halt noch nicht genau Bescheid wissen, das hier Glasfaserausbau vielleicht doch stattfindet, dann kaufe ich jetzt eine Fritzbox für Supervectoring und dann kaufe ich in einem halben Jahr eine neue Fritzbox für Glasfaser. Ja. Das, das wäre auch ein bisschen dumm. Ja. Und jetzt überlege ich halt einfach, diese 140er zu behalten, dann brauche ich keine Technik, um zu, um zu, ähm, stecken, neu kaufen. Ähm, und wenn's halt irgendwann mal zu langsam wird, dann kann man immer noch mal upgraden. Ja. Ähm. Ist natürlich, ja, ich hätte natürlich schon gerne was schneller als das, aber ich brauch's halt auch nicht. Also bei mir ist das relativ eindeutig. Ich benutze mein Internet sehr viel und im Grunde dauerhaft und ich hab eine 50er-10er-Leitung. Ja, das ist nicht genug wahrscheinlich. Das ist voll in Ordnung. Das reicht für alles, was wir machen, ne? Wir streamen, ne? Wir sind halt zwei Erwachsene, die hier irgendwelche Sachen streamen und ich meine, so ein 4K-Stream, der braucht irgendwie 10 bis 35 Kilobit. Ähm, das heißt, wir können auch zwei 4K-Streams notfalls gleichzeitig machen. Mbit meinst du nicht, Kilobit? Äh, ja, ja, genau, Mbit. 10 bis 35 Mbit natürlich. Ähm, also je nachdem, wo du den holst, so, so, ich glaube, bei Netflix endet es bei 16 Mbit. Also nicht mal die Hälfte von dem, was wir haben. Also das reicht für uns locker. Na klar, ist es irgendwie blöde, wenn ich merke, hier, ich brauch, ich muss meine aktuelle Linux-Distribution runterladen. Ähm, und die hat halt 5 Gigabyte oder was und dann dauert das halt mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde oder was statt 20 Minuten, 15, 15, so. Das ist natürlich blöde, es ist aber auch kein Weltuntergang. Also ich meine, wie oft lade ich denn so riesengroße Dateien aus dem Internet runter? Wenn ich mir ein neues Spiel auf meinem Windows-Rechner, aus meinem Windows-Teil meines Rechners installiere, dann schon. Ähm, aber das ist auch nicht so dramatisch, dass ich da nicht einen halben Tag drauf warten könnte, notfalls. Und wie gesagt, für Streaming ist das überhaupt kein Problem, das funktioniert alles. Im Grunde ist das Relevante immer nur der Ping. Also wie schnell kommen denn deine Anfragen überhaupt ins Internet und zurück? Ja. Und wenn das wenig ist, dann merkst du halt, dass da irgendwas blöd läuft, aber ... Und relevant ist es tatsächlich, wenn man sich ein neues Playstation-Spiel gekauft hat, wenn man das reinlegt und man das ja eigentlich sofort spielen möchte, aber dann muss man erstmal wieder so ein Zwangsupdate runterladen. Ähm, ne, dann ist es relevant, dass es schnell geht. Du sprichst da aus Erfahrung. Ja. Das ist immer ein bisschen nervig. Ja. Ähm, ich hatte Geburtstag und hab ... Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Vielen Dank, vielen Dank. Ich hab ganz viele tolle Sachen gekriegt. Großteilig Brettspiele, was mir gerade sehr gut gefällt, weil ich einfach momentan so ein bisschen brettspielsüchtig bin. Ich hab aber auch bekommen ein PodTrack P4. Mhm. Das ist, wie in meiner Familie gesagt wird, ein Podcast-Gerät. Ähm, das heißt, ich kann damit quasi Dinge aufnehmen und die abspeichern und das ist total praktisch. Das heißt, da sind vier Mikrofoneingänge, von denen lassen sich zwei umfunktionieren. Einer zu einem USB-C-Eingang und der andere zu einem Handy-TRS-Eingang quasi. Mhm. Das heißt, ich kann da vier Spuren gleichzeitig mit aufnehmen. Zusätzlich noch eine Effektspur, also mit so lustigen Sound-Effekten, so ein Chingeneres der Pumpen und so. Ähm, und das wird dann alles als Multispur auf der SD-Karte gespeichert. Und ich könnte das auch als Stereo-Signal direkt in den Rechner schicken. Wenn ich die denn dann angeschlossen hab, dann sind es natürlich nur noch drei externe Spuren. Das Geile an diesem Gerät ist, dass das ein Mix meines kann. Das heißt, wenn ich da mit jemandem anrufe und das Telefon als Eingang da reinschicke, dann hört der Telefonanrufer sich nicht selbst, sondern er hört nur alle anderen minus seinen eigenen Kanal. Und das ist quasi ein Feature, wo du sehr, sehr viel Technik brauchst normalerweise, um das umzusetzen. Und das ist für Podcasts natürlich optimal. Oder zum Beispiel, wenn du ein Clubhouse-Event mitschneiden willst und da mit deinem guten Mikrofon reinsprechen willst. So, dafür ist das halt gut. Oder wenn du einen Zoom-Call beispielsweise, also wenn wir jetzt beispielsweise jemanden dazu holen wollen würden in unseren Podcast per Telefon, also per Anruf, dann könnten wir das einfach darüber machen. Und der würde dann uns hören und wir würden den hören. Er würde sich aber nicht selber hören und wir hören uns sowieso immer nur in unserem Kopf. Genau, das Blöde ist halt, mir fehlen so ein bisschen die XLR-Mikrofone, die man da anschließen kann. Und ich habe einen Adapter, mit dem kann ich meine rote MT-USB da rankriegen. Das ist die Klinke da, ne? Genau, da ist so ein Kopfhörerausgang-Klinke. Das ist natürlich nicht die beste Option. Ich habe das auch noch nicht gemacht. Kommen wir aber gleich zu, warum. Und jetzt bin ich halt im Überlegen, welche Adapter ich benutzen will oder ob ich mir tatsächlich noch andere Mikrofone kaufen will. Weil mein Hauptgrund für dieses Gerät war unter anderem, dass ich damit auf dem Sofa sitzen will und mit Lavalier-Mikrofonen einen Film besprechen. Zu dritt. Und dafür bräuchte ich dann halt entweder Lavalier-Mikrofone mit einem XLR-Stecker oder einen Adapter dafür. Und da bin ich noch am Möglichkeiten evaluieren. Deswegen habe ich das tatsächlich noch nicht in Benutzung. Ja, gutes Ding. Ja. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, ist es auch. Und ist ja auch gar nicht so groß für das, was du damit machst. Also so für Aufnahme mit mehreren Leuten hatten wir früher ein großes Mischpult und dann noch ein separates Aufnahmegerät daneben liegen. Und das ist jetzt alles in diesem kleinen Kasten drin. Genau. Und erinnerst du dich, was wir unbedingt brauchten? Einen Kopfhörer-Verstärker. Ja. Und der ist hier auch schon mit drin. Also das ist tatsächlich für genau dieses Setting, dass du vier Leute hast, die am Tisch sitzen und sich alle hören wollen. Jeder seine eigene Lautstärke auf dem Kopfhörer und die Mikrofone haben halt auch einen eigenen Lautstärkeregler. Jeder. Dafür ist es quasi gedacht, das Ding. Und du kannst eben statt zu viert am Tisch sitzen auch einen externen dazuholen oder einen kompletten Zoom-Core mit 40 Leuten extern dazuholen. Genau. Und das Schöne ist, das kostet irgendwie 220 Euro, das Ding. Und das ist halt sehr klein. Und es bietet eben Features, die kein anderer hat. Also das ist für Podcaster gemacht. Der einzige Haken wirklich an dem Ding ist, nee, es gibt zwei im Grunde. Der eine ist, dass das Ding komplett aus Plastik ist. Man sollte es also nicht irgendwie in seine Tasche schmeißen und dann hoffen, dass es heil bleibt. Und das andere ist, dass das nur in 24 Hertz, Kilohertz aufnimmt, Kilobit, ich weiß nicht genau, 24 Kilohertz, wie die Einheit da heißt. Jedenfalls gibt es da offensichtlich bessere Möglichkeiten aufzunehmen. Und ich kenne mich damit nicht gut genug aus. Jedenfalls ist es für Stimme wohl ganz gut, für alles andere aber nicht. Also Musikproduktion sollte man damit nicht machen. Deswegen hat auch dieses Gerät keine Klinkenstecker, Eingänge für Gitarren beispielsweise. Ja, CDs haben glaube ich 22,1 Kilohertz, normalerweise Abtastrate. Also das ist ja die Anzahl der einzeln aufgenommenen Datenpunkte. Also wie häufig quasi was gespeichert wird von dem, was gehört wird. Also wie abgehakt das wird. Und je weniger, je geringer die Zahl ist, desto weniger. Es ist halt wie so ein Daumenkino, kann man sich das vorstellen. Je kleiner die Zahl ist, desto weniger Bilder hast du in einem Daumenkino. Je höher die Zahl ist, desto mehr Bilder hast du in einem Daumenkino. Bei der gleichen Zeit, Abspielzeit. Okay. Oder Frames per Second. Das kannst du wie Frames per Second. Nur halt, das sind dann halt bei CDs 44,1 Tausend Frames per Second. Ah, jetzt habe ich es. Ich habe die Daten gefunden. Es sind 16 Bit, 44,1 Kilohertz. Okay. Und 16 Bit ist offensichtlich für Musik nicht das Beste. Für Sprache reicht es halt. Ja. Genau. Ansonsten ist es ein sehr, sehr schickes, cooles Gerät. Und ich freue mich, dass ich das habe. Und hoffe, dass ich das demnächst sinnvoll einsetzen kann. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Da musst du ganz viele Kabel noch hin und her schieben dann auf dem Sofa, ne? Ja, genau. Da kommen wir dann nämlich zum nächsten Punkt. Ich habe unglaublich viele Kabel. Also ich habe vorhin einfach mal die Kabel, die so auf dem Fußboden neben mir lagen, mal auf meinen Schreibtisch gelegt. Da war der Schreibtisch voll und ich konnte den nicht wiederfinden. Und hast du einen neuen gekauft? Habe ich mir erstmal einen neuen gekauft. Ja, so ein Doppeltürer mit Eiswürfel ausgeworfen. Nein, natürlich nicht. Ich brauche im Grunde ein Tool, eine Software, mit der ich meine Kabel managen kann. Das heißt, ich möchte da meine Geräte eintragen und ich möchte eintragen, welche Kabel von welchem Gerät wohin gehen. Dann möchte ich diese Geräte positionieren, um anschließend sagen zu können, okay, von da nach da müssen folgende zwölf Kabel laufen. Von da nach da müssen drei Kabel laufen. Von da nach da zwei. Dann kann ich nämlich die Kabel alle verlegen, die Geräte hinstellen und dann ist mein Setup richtig. Und das funktioniert bei mir immer nicht. Ich stelle immer erst die Geräte hin, versuche dann die Kabel dahinter zu friemeln und dann ist hinterher halt das Kraut und Rüben-Kabel-Chaos. Kennst du deine Software? Hm. Nee. Schade. Das geht ja auch nicht nur um eine Art von Chaos. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so für Netzwerkkabel, sondern du hast ja ganz viele verschiedene Kabel, die du da wahrscheinlich verwalten möchtest, ne? Richtig, richtig. Also Videokabel, Audiokabel, USB-Stromkabel, ganz viele natürlich. Ja. Also vielleicht kannst du da eine Architektur für AutoCAD benutzen. Das kostet irgendwie 2500 Euro im Monat oder so. Und dann baust du dein Haus nach oder wenigstens dann Raum. Und dann... Das lohnt sich bestimmt. Das war nicht ernst gemeint. Meinst du, ich kriege das Projekt in zwei Minuten durch? Nein, das war natürlich nicht ernst gemeint. Keine Ahnung. Also es gibt natürlich so Software, mit denen du Leiterbahnen und sowas berechnen kannst und sowas. Aber das ist ja auch nicht das Richtige. Nee, das ist auch nicht das Richtige. Am liebsten wäre mir so ein 3D-Schreibtisch-Bautool, wo ich dann meine Geräte dran baue, wo ich dann einfach die Kabel mit verlegen kann. So, das wäre echt... Das wäre perfekt. Das hätte ich gerne. Ich würde es mir auch selber programmieren, habe aber keine Ahnung wie. Und 3D schon mal überhaupt nicht. Also in 2D würde es mir theoretisch auch reichen, wenn ich einfach sehe, dieses Kabel muss zu dem Gerät und andersrum. Und dann natürlich eben auch verschiedene Setups ausprobieren, ohne dass ich die Kabel händisch zusammenstecken muss vorher. Sondern einfach eben die... Ja, was weiß ich. Ich kann dann angeben, welche Kabellänge ich habe und dann... Oder der sagt mir hinterher, wie lange die Kabel sein müssen. So, das wäre natürlich noch besser. Jedenfalls ist das händisch zu machen, sehr wahnsinnig komplex. Und ich kann das alle halbe Jahr umstecken, weil ich irgendwo ein neues Gerät anbaue und dadurch ändern sich dann 5 Kabel hinten. Ja, das nervt mich so ein bisschen. Ich meine, ich stecke auch sehr gerne Kabel hin und her. Ich bin da das Kabel-Team. Aber zur Not kann man sowas ja mal auf dem Zettel aufmachen. Du malst deine Geräte auf. Ja, genau. Also nimmst du halt am besten bunte Farben für die verschiedenen Kabeltypen. Keine Ahnung. Ethernet-Kabel blau, Audiokabel grün. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann kannst du ja auf jeden Fall schon mal zusammenfassen, wo du welche quasi Kabelbäume baust. Wenn du dann von deinem Computer zu deiner Switch baust, brauchst du dir so eine Art Kabelbaum. Ja. Irgendwie drei Kabeln. Und so würde ich das machen, glaube ich. Natürlich, wenn du eine Software hast und das irgendwann mal wieder ändern kannst, das wäre natürlich ganz cool. Ja, das klingt nach einem guten Plan. Vielleicht mache ich das einfach demnächst mal. Dadurch hast du natürlich die Länge nicht gelöst. Ja, das kann ich ja auch. Das könnte ich theoretisch ja berechnen oder einfach schätzen. Nimmst ein Stück Schnur, legst das einmal von deinem Rechner wieder zu der Switch und dann weißt du, aha, dieser Kabelbaum, der muss, keine Ahnung, 1,50 Meter lang sein. Ja, genau. Ich habe gehört, du hast noch das Telefon, ne? Ja, ich habe ein ganz neues, modernes Telefon. Es war gar nicht so leicht, das Ding in Betrieb zu nehmen. Und zwar, ich habe ein iPhone 3G, neu. Neu, also neu in Anführungszeichen. Ich war aber hier bei der Mülldeponie, also beim Recyclinghof, habe ein paar Sachen weggebracht, unter anderem ganz viel Heckenschnitt und sowas und auch ein bisschen Restmüll. Und dann bin ich halt in dem Restmüll, wo man den da hinfahren muss, sind wir da angehalten. Und daneben war ein Container mit Elektronik-Short. Und direkt vor diesem Container lag auf dem geteerten Fußboden ein iPhone 3G. Heile. Da habe ich das hochgenommen, gesehen, Display ist heile, Rückseite, okay, da sind halt so kleine Kratzer drauf, ne? Aber jetzt auch nichts Schlimmes. Und da habe ich es einfach mal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig legal war, weil der Müll gehört ja irgendjemandem. Mhm. Also, pst. Und hier ist Arne. Das ist nicht Holger, der die Geschichte erzählt. Das ist Arne. Das stimmt gar nicht. Wir haben uns diesen Gast eingeladen, diesen anderen. Genau. Auf jeden Fall musste ich mir dann noch so ein Kabel für den Dock-Connector nochmal besorgen. Eine SIM-Karte musste ich mir besorgen, weil ich habe selber nur so eine eSIM in meinem Telefon drin. Ja. Habe ich mir von O2, da gibt es ja immer kostenlose SIM-Karten, habe ich mir davon eine geholt. Und, ja, das funktioniert. Also, das war zurückgesetzt, da war kein iCloud-Log oder sowas drauf. Das war einfach, oh, cool. Gut. Und jetzt habe ich ein altes iPhone 3G. Was natürlich ganz cool ist, weil ich habe, also ich hatte selber nie ein iPhone 3G, sondern ich hatte das Original-iPhone damals aus den USA noch importiert. Mhm. Und dann, also bevor es das in Deutschland bei der Telekom gab. Ähm, und dann hatte ich irgendwann das iPhone 4, auf das ich dann gewechselt bin. Ja. Ähm, also die, die 3G und 3GS habe ich halt nie gehabt. Ähm, aber ich habe relativ, und ich habe auch das iPhone 4 nicht mehr. Das älteste iPhone, was ich hier noch rumliegen habe, ist ein 5C. Ähm, und ich habe halt alte Software, die halt auf meinem aktuellen iPhone nicht mehr laufen. Ähm, und so ist es halt eigentlich ganz cool, so ein altes iPhone auch noch mit iOS 6 drauf und sowas zu haben. Ähm, einmal so ein bisschen aus Nostalgie-Faktor. Und halt auch, weil ich dann alte Software aus dem App Store nochmal runterladen kann, ähm, wenn sie dann noch verfügbar ist. Was spielst du denn da so? Trism? Trism, genau. Dann, ähm, Field, wie hieß das noch mit den? Field Runners. Field Runners, genau. Ah, solche Sachen habe ich ja wohl. Auch so ein, ein Lego-Spiel, ähm, Life of Charge. Life of Charge. Das läuft zwar auf dem, auf dem 5C läuft das noch, ähm, aber das zum Beispiel, jetzt habe ich auch noch ein zweites Abspielgerät dafür. Ähm, also es gibt so einige Software, die halt leider nicht mehr verfügbar ist. Und die ich halt so wieder verfügbar machen kann für mich. Ja. Ja, witzig. Ich habe da tatsächlich auch ein 3GS jetzt hier rumliegen. Das hat ein Kollege von mir, hat das irgendwann mal gehabt, dann lange Zeit rumliegen lassen und dann habe ich das einfach für ein paar Euro abgekauft. Und, äh, was mich an dem Gerät am allermeisten erstaunt hat, ist, dass Apple Music, beziehungsweise iTunes Match, damit funktioniert. Das heißt, ohne meine Musik auf das Ding zu laden, kann ich damit all meine Musik abspielen. Und das ist schon abgefahren, dafür, dass das Ding so alt ist. Ich meine, von wann ist das Gerät? 2008? 2009? Nee, das 3GS ist von 2009, glaube ich. Ja. Also ein zwölf Jahre altes Telefon, dass das immer noch irgendwas Aktuelles benutzen kann, finde ich schon echt beeindruckend. Also ich suche eher so. Bei mir sagt er gerade, wenn ich auf Musik gehe, dass er keine Musik drauf hat und ich die aus dem Store laden soll. Ich habe es auch ehrlich gesagt vor einem Jahr zuletzt versucht. Vielleicht funktioniert es inzwischen nicht mehr. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich das Gerät einfach mal so ein, ähm, eine Woche oder sowas als, als mein Hauptgerät benutzen soll. Ähm, aber das hat so ein bisschen das Problem mit der SIM-Karte, ne? Ja. Ja. Ähm. Man könnte natürlich einfach das andere iPhone als Tethering-Gerät daneben stellen so und dann mit diesem hier halt agieren. Weil ehrlich gesagt, telefonieren tue ich mit meinem Telefon sowieso nie. Ich auch nicht. Ja, das stimmt. Ja, mal gucken. Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal so auf Spaß. Eine Woche mit so einem alten Gerät rumlaufen. Ähm, oder ich muss diese, tatsächlich diese, ähm, O2-SIM-Karte mal aktivieren. Ähm, und meine, halt einfach die, eine Weiterleitung machen. Rufumleitung für die Leute, die mich mal wirklich anrufen. Ja. Ähm, ja. Ja. Ansonsten. Auf jeden Fall ein lustiges. Und es ist so klein verglichen mit dem iPhone XR. Ja, was ich besonders schön an dem 3GS finde, ist, dass das so wahnsinnig schön in der Hand liegt. Ne, diese runde Rückseite, die macht es wirklich angenehm festzuhalten, finde ich. Ne, steht natürlich ganz bescheuert, also nämlich gar nicht. Aber zum Anfassen in der Hand halten ist es ein echt angenehmes Gerät. Und auch dieses Plastik, das heißt, es ist ja ein bisschen weicher und ein bisschen wärmer als Metall oder Glas. Ähm, ist echt schön. Ähm, auch schön. Ich habe gestern wieder eine neue Podcast-Folge veröffentlicht. Und zwar war das offenbar The Orville Episode 13 zu Folge 11 der ersten Staffel von The Orville. Und die Folge heißt im Deutschen Flachgelegt. Und es geht im Grunde um so eine 2D-Welt in einer 3D-Welt. Also die Orville fliegt halt irgendwo hin und findet dann ein Portal in eine zweidimensionale Welt. Der Titel ist ganz, ganz furchtbar. Also es ist so ein klassisches Sci-Fi-Trope quasi. Ähm, dass es halt diese 2D-Welt gibt und dass es ein Dimensionsportal gibt. Dann muss die Orville da reinfliegen, obwohl es die eigentlich umbringen würde. Dann bauen sie ein Schild, um sich zu schützen. Und dann versagt dieses Schild natürlich partiell und bla 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 bla. Typische Sci-Fi-Geschichte. Die Folge wäre, wenn es nur das gäbe, gar nicht mal so gut. Ähm, sie ist auch tatsächlich gar nicht mal so gut. Aber sie hat halt 2 sehr, sehr charmante Charakterentwicklungsnebenstränge. Oder Hauptstränge, je nachdem wie man es sieht. Und die machten halt die Folgen ziemlich cool. Also es geht um Ed Mercer nämlich. Und es geht um John Lamar. Und die beiden machen eine ziemlich gute Entwicklung durch in dieser Folge. Okay. Ich kenne ja die Serie absolut gar nicht. Naja, es ist halt auch so eine Star Trek ähnliche Serie. Die ist halt einfach auch anscheinend nichts für dich. Wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mir die Flieger mal an. Ja, sie ist auf jeden Fall bislang erheblich kürzer als Star Trek. Vor allen Dingen, wenn du und die Hoxellers da schon Podcasts draus machen, dann muss das ja schon gut sein, ne? Das ist ja so ein bisschen Qualitätsmerkmal, ne? Ihr macht ja jetzt nicht Podcasts über eine Scheißserie. Das wäre auch immer witzig, oder? Naja. Ne, wir haben es, also ja, tatsächlich hatten wir Nightrider eine Zeit lang mal in Planung Podcasts. Nein, 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 das ist aber auch so Nostalgie, ne? Das ist... Ja, denkste, aber in Wirklichkeit ist es eine Scheißserie. So. Ja, ansonsten habe ich natürlich, wie gesagt, ich habe ganz viele Brettspiele zum Geburtstag bekommen. Davon habe ich ein paar auch gespielt. Und zwar, das erste ist Silver and Gold. Das ist ein sehr kleines, klaches Spiel. Da hast du so ein Kartendeck, wo Inseln drauf sind. Diese Inseln bestehen aus kleinen Quadraten. Sieht ein bisschen aus wie Käsekästchen. Und da sind so acht, zehn, zwölf oder vierzehn Quadrate drauf. Und die musst du abhaken. Dann wird immer für alle Mitspieler gleichzeitig so ein Tetris-Teil gezogen. Was, also quasi so ein Tetris-L beispielsweise, was drei Punkte lang ist und dann zwei breit und eben aus vier Quadraten steht. Und dann musst du dieses Teil auf deiner Insel platzieren, gedanklich und die Teile, wo das dann liegt, abhaken. Also ankreuzen auf der Karte mit einem Stift. Und wenn du deine Insel voll hast, dann kannst du die nächste nehmen und das bringt dann halt Punkte. Und das wirkt total simpel. Das ist aber ein sehr, sehr charmantes Spiel, weil du halt mit mehreren Leuten einfach das gleiche Teil hast. Und das irgendwie auf deiner Insel positionieren musst. Du hast zum Glück zwei Inselkarten vor dir liegen und bist nicht auf die eine beschränkt. Wenn du das Teil nicht verwenden kannst, kannst du auch einfach nur ein Kreuz machen. Also du kreuzt immer irgendwas an und kommst voran. Und es gibt dann halt auch verschiedene andere Sachen. Auf den Inseln sind zum Beispiel Palmen und Münzen und die bringen dann noch Bonuspunkte. Oder es sind auch Xe da drauf, dass du zusätzlich kostenfrei einen einzelnen anderen irgendwo ankreuzen kannst. Und das macht einfach Spaß. Also das ist ein sehr nettes Spiel. Und das Witzige ist halt, dass du die Karten tatsächlich mit so einem Stift anmalst. Es sind vier Stifte in der Packung. Und du kannst das hinterher einfach mit dem Tuch abwischen. Okay. Und das Abwischen klappt auch wunderbar. Silver and Gold. Schöne, schönes Spiel. Für wie viele Spieler? Für zwei bis vier. Genau, für zwei bis vier Spieler. Genau. Und das ist halt sehr, sehr kompakt zum Mitnehmen gut geeignet. Das nächste Spiel, was ich gespielt habe, habe ich vor allem mit meinen Kindern gespielt. Das heißt Monza ist auch von 2000 schon. Also schon 21 Jahre alt. Und es gibt so einen bunten Track, wo du mit kleinen bunten Autos drauf fährst. Du hast sechs Würfel. Und auf den sechs Würfeln sind Farben drauf. Und du musst diese Farben in der Reihenfolge legen, dass du damit quasi den Track langfährst. Also wenn dein Auto an einer Stelle steht und vor dem ist irgendwie eine grüne Platte, dann eine lila, eine weiße, danach eine blaue, eine rote. So, dann musst du halt gucken, dass du die richtigen Würfel auf die richtigen Stellen legst, um weiter voranzukommen. Und wenn du mit den Würfelfarben nicht weiterkommst, weil da, weiß ich nicht, eine grüne und blaue Platte ist und du hast aber keinen grünen oder blauen Würfel mehr, dann fährst du halt nur bis da. Und das klingt total simpel und das ist es auch. Für Kinder ist das natürlich strategisch schon wertvoll, weil sie quasi überlegen müssen, ob sie erst auf der linken Seite den roten nehmen und dann hinten den weißen noch benutzen können oder erst rechts den weißen, dann hinten aber keinen roten mehr haben. Und das macht, also das haben wir gestern auch irgendwie zwei Runden gespielt, das ist schon witzig. Okay, das ist hier von der Firma, von diesem Haber, die halt so ganz viele von diesen Kinderspielen machen. Immer in diesem gelben Karton, ne? Ja, genau, genau. So eine Holzspiel auch. Also Haber macht halt sehr viel Holz-Kinderspielzeug und das ist halt auch eins davon. Wir hatten früher so ein Obstbaumspiel. Hm. Da musste man Obst sammeln. Ist auf jeden Fall eine gute Marke. Also Haber-Geschichten kann man für seine Kinder ziemlich unbedenklich kaufen. Ja, und die gibt's ja auch schon ewig lange. Also wie ich, Obstgarten hieß das Spiel, genau. Das gibt's sogar immer noch bei Amazon. Also das ist, ich hab das als Kind gespielt, ne? Das ist ganz schön krass, dass es diese Marke schon so lange gibt. Ja. Und dann hab ich ein Spiel gespielt, das, ähm, hab ich tatsächlich schon seit Februar rumliegen und hatte einfach keinen Mitspieler dafür. Jetzt hab ich das gespielt mit einem Freund. Das heißt Gloomhaven, die Pranken des Löwen. Hast du von Gloomhaven schon mal gehört? Nein. Okay, Gloomhaven ist ein mordsmäßig krasses Spiel. 2015 kam das per Kickstarter irgendwie in die Welt. Der Erfinder heißt Isaac Childress und der hat gedacht, wow geil, mach ich mal so ein umfangreiches, kooperatives Dungeon-Crawler-Spiel, wo so ein bisschen Rollenspielelemente drin sind und Charakterentwicklung und es gibt irgendwie elf verschiedene Charaktere, davon suchst du dir einen aus, manchmal stirbt einer, dann nimmst du halt den nächsten. Und kannst damit diese Kampagne, ähm, weiterspielen. Und diese Kampagne besteht aus 130 Missionen bei dem original großen Gloomhaven. Und der ganze Karton wiegt irgendwie 10 Kilo, ist so groß, dass er in kein Ikea-Kalax- oder Expedit-Regal reinpasst und besteht aus 4000 Teilen, das ganze Spiel, wo du dann die einzelnen Teile irgendwie zusammenlegen musst. Also du hast irgendwie 2500 Karten, dann hast du ganz viele Standys, äh, ein paar Figuren für deine, ähm, Helden, ähm, ganz viele Tokens und Geld und was weiß ich, was alles. Und das Spiel hat halt 130 Missionen und jede Mission kostet so an Spielzeit irgendwie eine Stunde bis anderthalb Stunden. Plus das, was du zwischen den Missionen machst, irgendwie dann dein Geld ausgeben und irgendwelche Gegenstände kaufen, deine Charaktere aufleveln und so weiter und so fort. Also ein wahnsinnig umfangreiches Ding. Und das ist halt schwer zu verstehen, das Spiel. Und als das so erfolgreich war trotzdem, da hat sich der Childress gedacht, hm, okay, machen wir doch mal eine Einsteiger-Version davon, wo es quasi 5 Tutorial-Missionen gibt am Anfang und es gibt insgesamt nur 25 Missionen und es gibt nur 4 Charaktere und das Spiel kostet nicht 130 Dollar Euro in der günstigsten Version, sondern so 40. Und das ist nämlich Gloomhaven, die Pranken des Löwen und da habe ich jetzt die erste Mission von gespielt und es macht einfach Spaß. Das ist im Grunde so ein taktisches Strategiespiel, wo man mit seinen Helden quasi auf Hexfeldern die Monster begegnen muss, äh, bekämpfen muss, die da rumspringen. Und das ist im Grunde, im Grunde ist das alles. Also man kämpft halt zusammen gegen die Monster, hat dann verschiedene Karten, die man benutzen muss, ähm, und die Monster greifen dann an und dann greift man selber an und wenn man Glück hat, hat man sie besiegt. Und davon habe ich, wie gesagt, die erste Runde gespielt und das gefällt mir wirklich gut. Also es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Der Aufbau dauert selbst bei diesem Spiel noch sehr lang, obwohl man nicht den Spielplan aus kleinen Teilen zusammenbauen muss, sondern so ein Buch aufschlägt und dann ist auf der Buchdoppelseite quasi der Plan. Ähm, aber trotzdem dauert das echt lang. Wir haben irgendwie gestern in dreieinhalb Stunden eine Mission geschafft, aber wir haben natürlich auch die Regeln noch lernen müssen bei der ersten Mission. Ähm, und der Plan ist, dass wir uns irgendwann mal einen kompletten Tag zusammensetzen, um dann irgendwie zwei, drei weitere Missionen zu machen. Und spielt man das dann immer weiter? Also hat man einen Charakter, den man halt über mehrere Spieleabende oder wie auch immer, ähm, aufbaut? Oder ist ein Spieleabend dann auch abgeschlossen und dann fängt man halt wieder quasi von vorne an mit einer anderen Mission? Nee, das ist, genau. Das ist im Grunde ein aufbauendes Spiel. Das heißt, du kannst theoretisch auch, wenn du die Regeln kannst, kannst du auch woanders einsteigen und da mitspielen. Das ist auch machbar, aber... Also so ein bisschen wie so ein Pen-and-Paper-Spiel wie Dungeons & Dragons oder wie... Ja, genau. Im Grunde ist es so eine Mischung aus Rollenspiel und Brettspiel. Ja. Und das macht es halt irgendwie spannend. Weil du hast halt das Ganze viel visueller, als wenn du so ein Rollenspiel spielst, ne? Weil bei Pen-and-Paper, da hast du zwischendurch mal ein Bild irgendwie in einem Buch und den Rest musst du dir ausdenken. Und hier hast du halt deinen kompletten Plan. Du weißt genau, wo deine Gegner stehen. Du hast halt Karten mit deinen Fertigkeiten und musst sie nicht aus irgendwelchen Büchern dir zurechtlegen und so. Es geht schon sehr in die Rollenspiel-Richtung, aber es ist halt ein Brettspiel trotzdem. Ja. Eine Mischung aus Rollenspiel und 3D-Shooter spiel ich gerade. Was spielst du denn? Ich spiel gerade Borderlands 3. Ah, ich hörte davon. Ich hab's noch nicht gespielt. Das gibt's auch nicht für Nintendo. Nee, das gibt es für Xbox One und PlayStation 4, 5 und Xbox Series X und keine Ahnung. Also für die aktuelle und letzte Xbox und die aktuelle und letzte PlayStation-Generation. Ich hab damals vor langer, langer Zeit mit zwei Arbeitskollegen Borderlands 2 gespielt. Borderlands ist halt ein Multiplayer-Koop-3D-Shooter mit Rollenspielelementen, würde ich es nennen. Also man hat eine Charakterentwicklung. Das heißt, man kann aufleveln und kann seinen Charakter verbessern. Ähm, es hat zufällig generierte Waffen. Ähm, also die Waffen haben, es gibt quasi unendlich viele Waffen. Ähm, normalerweise hat man ja bei einem Shooter, keine Ahnung, bei Doom irgendwie zehn verschiedene Waffen. Die kann man alle gleichzeitig durch die Gegend tragen. Ähm, und dann kann man sich halt, wenn viele Gegner da sind, nimmt man die Shotgun und ballert rein. Und wenn nur wenige da sind, nimmt man die Sniper-Rifle und schießt die Leute kaputt. Aha. Ähm, und bei Borderlands, äh, gibt es halt unendlich viele Waffen, die sich alle unterscheiden. Da kannst du, dann musst du halt immer vergleichen. Okay, die ich jetzt gerade gekauft oder gefunden habe, ist die denn besser als die, die ich schon habe? Welche, welche Waffe dafür verkaufe ich? Weil man kann halt auch nicht unendlich viel mit sich rumschleppen. Ja. Ähm, genau. Und man muss halt so eine Mission machen. Ist so ein bisschen, ist halt, ist nicht, ist nicht komplett, ähm, wie heißt denn das? Open World, weil, ähm, die Welt ist halt nicht komplett zugänglich am Anfang, sondern man muss halt, äh, in der, in der Story sich weiterarbeiten, um halt an neue Orte zu bekommen. Man kann dann aber auch überall hinreisen und so, äh, Nebenmissionen machen, wenn man möchte. Aber ist es denn überhaupt Open World? Also ich habe tatsächlich Borderlands 2 eine Weile dann gespielt und mit einer Weile meine ich so 6, 8 Stunden irgendwie. Ähm, das war ja schon eine ziemlich lineare Erfahrung. Das heißt, ich bin dann irgendwie, ich habe meine, meine, ähm, Waffen genommen, habe ein Level aufgestiegen, bin ein Level aufgestiegen, habe dann eine Auffrage gekriegt, hier, geh in diese, ähm, in diese Höhle und mach da alles platt. Ähm. Und dann bin ich da auch nie wieder hingegangen. Also, ja, du kannst da aber jederzeit wieder hingehen und es gibt halt auch extrem viele Nebenmissionen, die halt nichts mit der Story zu tun haben, die du halt jederzeit machen kannst. Okay, okay. Ne, ne, und, ähm, es ist auch sinnvoll, also, ähm, ich bin jetzt bei Borderlands 3, bin ich, ich glaube, irgendwie, ähm, Level 11 oder Level so oder so und die nächste Story-Mission ist, ist, ähm, ist vorgesehen für Level 12 Charaktere. Ja. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich so ein bisschen Nebenmissionen machen, um auf Level 12 zu kommen. Ich kann natürlich schon die nächste Mission machen, also dieses Level 12 ist keine, keine feste Grenze. Ja. Ähm, ähm, aber daran sieht man schon, dass sie vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwerer sein wird und man halt, äh, keine Ahnung, mehr Lebensenergie braucht oder, oder sowas, ne, und, ähm, bei, die Waffen sind auch, ähm, Level abhängig, ähm, und die kann man an diesen dann tatsächlich, das sind harte Grenzen, also, wenn du eine, wenn du als Level 10 Charakter eine Level 12 Waffe findest, ähm, dann kannst du die mit dir rumschleppen, ähm, oder die kannst du auch in, äh, in der Basis quasi ablegen irgendwo und dann später wiederholen. Mhm. Ähm, aber du kannst sie noch nicht benutzen. Ja. Ja, und diese unendlich vielen Waffen ist im Grunde wie bei Diablo auch, dass es einfach ein paar Waffen gibt mit einem ganzen Stapel von Affixen und, äh, Änderungen, so, also, ne, du kannst beispielsweise eine Pistole finden, die schießt dann irgendwelche Flammenpatronen oder so. Genau. Und das ist dann halt das Feature und da macht sie dann irgendwie 43% mehr Schaden mit, dann findest du eine, die macht irgendwie 42% mehr Schaden und benutzt irgendwelche, was weiß ich, durchschlagende Geschosse oder was. Genau, und die sehen aber auch alle anders aus, also die, auch die, ähm, das Aussehen der Waffen ist, ähm, dynamisch. Okay, ja, okay. Aber es gibt halt, es gibt irgendwie vier, fünf, äh, fünf, sechs verschiedene Waffentypen oder sowas, ja. Naja, es macht mir, es hat mir damals auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, Borderlands 2, ähm, vor langer Zeit. Und dann hab ich auch irgendwann nochmal Borderlands 1 angespielt, ähm, Pre-Sequel, das kam dann irgendwann raus, das spielt zwischen Borderlands 1 und 2, aber kam nach 2 raus, deswegen ist es, das spielt vor dem Sequel von Borderlands. Ähm, und das hab ich dann irgendwann fast zu Ende gespielt, bis auf den Endgegner, weil ich da nicht hoch genug gelevelt bin, ähm, um den zu besiegen, ähm, jedenfalls nicht alleine. Man kann halt jederzeit Koop, also wenn du jetzt und noch irgendwie zwei andere Leute das auch hätten, ähm, dann könnten wir uns verabreden und dann könntet ihr bei mir einsteigen und wir könnten halt zu viert, ähm, da rumballern und jeder hat einen anderen Charakter, die auch ein bisschen was anderes können. Ja, und jetzt kam, ja, jetzt, vor einiger Zeit kam dann Borderlands 3 raus und ich, ich warte, ich, ich kaufe ja ungern neue Spiele, wenn es nicht unbedingt nötig ist, weil ich gerne darauf warte, dass, dass irgendwann eine Box rauskommt, oder eine Version von dem Spiel, wo alle Zusatzmaterialien, die, die es dazu gibt, also alle DLCs, da drin sind. Ähm, aber ich wollte Borderlands 3 jetzt unbedingt spielen, deswegen haben wir jetzt einfach die Basisvariante, die hab ich irgendwie für, für, für 8 Euro bekommen, ähm, die hab ich mir jetzt gekauft und die spiel ich jetzt und dann, wenn irgendwann dann die, die, ähm, Game of the Year Edition oder wie auch immer sie heißen mag, rauskommt mit allen, ähm, Zusatzartikeln, dann kauf ich die halt nochmal. Ja, ich hab tatsächlich auch eine, eine Switch-Version, die gab's irgendwann für 20 Euro oder so, wo Borderlands 1, 2 und das Pre-Sequel drin ist, ähm, hab ich gekauft. Und, ähm, ich fand damals Borderlands 2 ja tatsächlich so spannend, weil es da Addons für gibt und einer davon heißt irgendwie Tiny Tina's Assault on Dragon Dings oder so und ist so ein, so ein Fantasy-Rollenspiel innerhalb dieses Spiels, wo man quasi ein Rollenspiel spielt, aber innerhalb dieser Spielmechanik. Und das, also so ein, so ein Fantasy-Spiel, das fand ich irgendwie spannend, bin dann aber in Wirklichkeit nie dahin gekommen, das zu erleben, weil ich einfach immer leveltechnisch zu schwach war. Ja, das hat, macht, macht Borderlands ganz gerne, also bei den Spielen, dass sie diese Add-ons, dass sie halt komplett anders sind eigentlich. Also nicht einfach nur drei, vier neue Missionen, wo man noch jemanden umbringen muss oder noch irgendwas sammeln muss, sondern halt, dass sie wirklich versuchen, so ein bisschen das Spielprinzip, ähm, umzudrehen. Also, das ist auch lustig bei dem Borderlands 3 jetzt, da ist so eine Arcade-Maschine, kannst du da hingehen und da dran rumspielen und, ähm, das erklärt einem ja hier, wenn du dieses Arcade-Spiel hier spielst, dann, ähm, hilfst du da, hilfst du echten Wissenschaftlern dabei, das menschliche Genom weiter zu erforschen. Also, das sind, die sagen ja, ja, es gibt Sachen, für die Computer sehr gut sind, für einige sind die aber nicht gut genug, da brauchen wir Menschen, die das machen und je mehr du dieses Spiel spielst, desto mehr hilfst du den Wissenschaftlern, Genome zu erforschen. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Wie, und das ist tatsächlich so oder ist das ein Witz im Spiel? Also, das ist in diesem Spiel und ich glaube, das ist tatsächlich so. Okay, witzig. Also, das wird einem schon richtig ernst erklärt. So, hier, es gibt Wissenschaftler, die erforschen das menschliche Genom und wenn du hier dieses Spiel in diesem Spiel spielst, dann hilfst du dir dabei. Crazy. Ja, cool. Aber vielleicht sollten wir uns darüber nochmal irgendwann in Zukunft Detaillator unterhalten. Ja, Borderlands ist ja ein Riesenfeld, da kann man ja auch, es gibt ja auch noch Tales of Borderlands, so eine, so eine, wie heißt die Firma, die das... Telltale Games. Telltale, richtig. Gab es, die gibt es gar nicht mehr. Es gab es irgendwann neu so eine, klar, dass die einfach gestorben sind. Ähm, ja, richtig. Ich habe ein bisschen übernommen, diese Firma, glaube ich. Ja, können wir uns mal irgendwann Detaillator darüber unterhalten. Auf jeden Fall machen wir jetzt diese Folge dicht, aber wir haben ja in der nächsten Folge die 300. Episode dieses Podcasts. Liebe Hörer, schickt uns Audiokommentare, wir spielen die ab. Und wir überlegen noch, ob wir es möglicherweise live streamen. Wir könnten das ja, wir sind ja inzwischen total gut ausgestattet hier mit unseren Streaming-Setups, auch für unsere montägliche Darksiders-Runde. Wir könnten es damit machen, wir könnten es aber auch über Clubhouse machen, wir können auch alles gleichzeitig machen. Das ist ja auch kein Problem, wir haben ja die Bandbreite, das haben wir schon vorhin besprochen. Ähm, wir wissen es noch nicht so genau, das denken wir uns irgendwann aus und dann machen wir irgendwann diese Folge und kündigen das im Idealfall länger als drei Minuten vorher an. Genau, über Twitter und oder so. Genau, vor allem über Twitter, über unsere privaten Accounts. Jetzt fängt es ja an zu regnen bei mir auf dem Dachfenster. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ja, dann hören wir jetzt sofort auf. Also, äh, bis zum nächsten Mal. Schickt uns Audiokommentare, wir haben euch lieb. Bis dann, tschüss. Ciao. Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net. Dirty Minutes Left.